Hallo meine lieben Freunde, heute bringe ich euch die Eigenschaften der Jungfraunähe. Vom 24. August bis zum 23. September 2017 führt das Sternzeichen Jungfrau das Regiment. Die im Sternzeichen der Jungfrau Geborenen haben folgende schöne Eigenschaften. Vernunft, Zurückhaltung und ein starkes Sicherheitsstreben. Zuverlässigkeit und Treue ist ein großer Bestandteil ihres Charakters. Handwerklich sind sie sehr geschickt und präzise. Chaos hassen sie. Sie sind sparsam und neigen manchmal zu einem fast peinlichen Sauberkeitsfimmel. Der September ist als Erntezeit und in dieser Zeit strebt die Jungfrau zur Treue und Sicherheit. Fragliche Entscheidungen stehen auf dem Prüfstand und dort wird alles genau bewertet und das kann sehr oft nah am Perfektionismus liegen. Ihre Stärken sind das Beste aus einer Sache zu machen, um das Optimale zu erreichen. Das gilt für das Materielle wie auch im Beruf. Höchstleistungen muss sie schaffen. Die Jungfrau achtet auf jedes einzelne Detail, die andere übersehen und das gilt auch fürs Private. Nun zu ihren Schwächen. Das ist der absolute Wunsch zur Perfektion, da sie leicht zu pedantisch und zu spießig ist. Verbissen äußert sich ihr übertriebenes Sicherheitsstreben. Der kleinste Teil ist ihr zeitweise wichtiger als das Gesamte und dadurch verliert sie ihr Gesamtbild. Die Jungfrau als Mann ist solide im Handel und markanter als die Jungfrau Frau. Das ist durchaus nicht negativ, zeigen allerdings die Fähigkeiten für Strukturen und Analysen. Er liebt aber absolute Ordnung, die er doch praktischerweise den anderen überlassen könnte. Seine Stärke liegt in seiner Theorie und seiner Anweisung. Chaotische Menschen widerstreben ihm und er will sich auch nicht auf sie einstellen. Die Jungfrau Frau ist kein Heimchen am Herd, sondern steht im Beruf absolut ihren Mann, besser gesagt ihre Frau. Und erst danach kommt das Private. Sie erwartet in ihrer Partnerschaft, dass der Mann sich anteilig an der Hausarbeit und an den privaten Dingen beteiligt. So, das waren nun die Eigenschaften der Jungfrau. Ich wünsche euch alles Liebe und ein gutes, erfülltes, neues Lebensjahr. Herzlichst, eure DERIA Schulter 3